Das Familienunternehmen Peter Huber Kältemaschinenbau AG aus Offenburg entwickelt, produziert und vertreibt hochpräzise Temperiersysteme in einem Temperaturbereich von minus 125 Grad Celsius bis 425 Grad Celsius. Diese werden unter anderem für Stresstests an mechanischen oder elektronischen Bauteilen sowie für Materialprüfungen eingesetzt. Bereits 2012 errang Peter Huber Kältemaschinenbau den Titel Innovator des Jahres, damals noch in der Größenklasse B. Heute beschäftigt das Unternehmen 270 Mitarbeiter und befindet sich damit in der Größenklasse C. Es gibt viele Aspekte, die uns besonders machen. Zum einen ist es ein Familienunternehmen. Die Türe von uns vier von fünf Kindern, die im Unternehmen tätig sind, die stehen offen. Wir sind im Unternehmen die ganze Zeit präsent und wir sind ansprechbar. Wir haben ein schönes Gebäude hier bauen können, an dem Standort mit viel Licht und ich denke, man kann sich hier wohlfühlen. Bei Peter Huber Kältemaschinenbau hat mich vor allem die Innovationskultur fasziniert. Das bedeutet Kreativität, Offenheit, Initiative, Mitdenken, Engagement und Übernahme von Verantwortung. Für Innovation sind das die entscheidenden Zutaten. Träger der Innovation ist schließlich immer der Mensch. Diese Kultur zieht sich bei Peter Huber durch alle Unternehmensebenen und Prozesse. Für die Innovation dürfen wir als Mitarbeiter mitwirken. Jede Idee, die vorgebracht wird, wird einfach unterstützt, wird nicht einfach unter den Tisch gekehrt und so sind wir auch weitergekommen. Prägend für das Unternehmen ist die Leidenschaft des Firmengründers für den argentinischen Tango. Tango ist Leidenschaft. Wenn Sie schon mal ein argentinisches Tango-Park gesehen haben, dann sehen Sie, wie diese Leidenschaft rüberkommt. Das ist unsere Leidenschaft, diesen Tango zu bauen. Warum nennen wir das Produkt Tango? Der Tango hat eine Charakteristik, Sie kennen das, ruckartig eine Stelle anfahren, stehen bleiben, sich zurückbewegen. Diese Charakteristik ist genau das, was unsere Kunden in ihren Applikationen wünschen. Die wollen einen Zollwert anfahren, dort stehen bleiben, und genau das setzen wir mit unserer Technik um. Innovation bedeutet für mich, dass wir vor allem immer einen Schritt voraus sind vor dem, was unsere Wettbewerber tun und mindestens auf Schlagweite sind mit dem, was unsere Kunden wollen. Klein, aber fein. Wir müssen nicht die Größten sein, die Besten wollen wir sein. Das treibt uns an.